Herzlich Willkommen zurück, Leute, zu Infinite Minigolf mit Sheik und Kundran. Hallo! Und jetzt sind wir in Santas Fabrik und guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Hintergrund und so. Moment, ich muss mich jetzt mal platzieren. Das Spiel hat glaube ich Map Editor, wenn ich mich nicht täusche. Meint ihr das Ding da hinten, der Schneehügel, die richtige Karte? Denke ich doch mal. Oh nein! Ich bleibe immerhin drin. Ich hätte fast ein Hole in One gehabt und hätte so viel eingesammelt. Verdammte Scheiße. Gut, wissen wir Bescheid? Das war kacke. Oh nein! Oh mein Gott. Jetzt lohnt es eigentlich. Gut, also das wird nicht meine Map glaube ich. Da ist die erste jetzt blöd. Stimmt, ich kann noch Sachen... Ah ne, da komm ich, oder? Den kriegst du. Krieg ich? Der ist groß genug. Gut. Okay. Ach stimmt, die Hitbox von dem ist extrem groß. Okay. Hole in One sind wichtig. Ja. Ja. Und danach musst du halt dann so weise... Ja? Hm. Einfach gerade, oder? Fragt sich wie doll. Oh ne, das war kacke. Nicht gerade. Gerade ist kacke. War das kacke? Okay, ich seh's. Nein, jetzt liege ich auch noch... Oh, 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 oh. Den krieg ich nicht. Der war zu kurz. Ach egal. Die Hitbox ist nicht groß genug. Ne, ne. Ohohoho. Die Hitbox ist riesig. Ach shit, der hätte ich es wahrscheinlich auch einfach machen können. Ach, scheiße man. Oh, 9000 haben sie da nur gemacht. Yeah. Ich glaub der blaue Punkt zeigt an, wenn ich alle blauen hab? Ich meine. Ich hab die abgeräumt, die Bahn. Oh, oh, oh. Seh ich doch. Was ist dahinter im Schnee, man? Seh ich doch. Eis, also Schnee. Da ist noch Matsche im Schnee. Wollte man wahrscheinlich eher nicht rein. Mhm. Oh, Winkel war schlecht. Aber ich komm doch mal zurück und sammle noch einen. Hahaha. Okay, wir gucken mal, ob das so funktioniert. Oh Gott, mit Schmackes. Tschüss. Oh shit. Ich lieg richtig schlecht. Yeah. Oh, lieg ich schlecht. Oh, ich lieg im Schnee. Das ist nicht gut. Gucken kann ich hier. Aber ich komm zurück. Damit müsste ich den einsammeln. Ja, das war gut. Das war gut. Jetzt noch nicht so viel Schmackes. Das war nicht so viel Schmackes. Hopp. Ja. Aber, oh. Oh, oh, oh. Oh, stopp. Bleib stehen. Nein. Oh. Oh. Ich hab viel eingesackt. Ich hab auch viel eingesackt. Das war gar nicht schlecht. Plink, plink, plink. Ah, das reicht aber nicht. Oh ja, da sind wir an Dalo rangekommen. Mhm. Er hat genau einen Punkt mehr als ich. Wo kommt der denn her, bitte? Ne, Dalo hat... Du hast 999 Punkte mehr als Dalo. Achso. Trotzdem bekommt dieser eine Punkt. Ach du Scheiße. Okay. Ist da hinten irgendwas versteckt? Nein? Okay. I see. Oh. Okay. Halt wieder zurück. Ja. Okay. 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 Da ist nicht viel. Da kannst du noch was nicht fehlen. Oh. Ich glaub mir fehlt... Ne. Auf dem Hinweg haben mir welche gefehlt. Hast du da hinten alle? Ne. Das mein ich ja. Dahinten fehlt mir glaube ich einer. No risk. Der Hintergrund ist echt schön. Oh. Oh. Das war knapp. Oh. Okay. Also viel mehr als du hatte ich nicht da. Bin wieder dabei. Irgendwie. Halbwegs. Nimm mal den lilanen bis dato. Ja. Der ist wichtig. Oh. Säune. Man braucht die Fernbedienung. Aber auch. Ich weiß nur nicht wie es geht. Äh. Lol. Jetzt hab ich es versaut. Äh. Da Mist. Hab ich jetzt einen verloren. Ich weiß nicht wie es mit der Fernbedienung genau geht. Ob man mit der Maus lenkt oder so. Hat einer von euch die Fernbedienung? Ja. Ich hab jetzt die Rakete. Muss man die davor einsetzen oder? Das war jetzt irgendwie merkwürdig. Oh. Hat einer die? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich weiß nicht wie man danach mit der Fernbedienung steuert. Ich glaub einfach nur lenken mit der Maus. Ah ne. Ich hab doch. Ach shit. Ich hab mich aufgepasst. Ich seh nix. Das ist ein Yeti im Weg. Mist. Das war ganz schlecht. Das war ne ganz ganz schlechte Runde. Du musst da drüber. Ah da ist ein Hügel. Ja. Ja ja. Aber das schaff... Ich bin irgendwie... Ich hab den Winkel schlecht gehabt und... Naja immerhin mach ich noch ein paar Pünktchen. Aber... Guck mal der Yeti steht so auf seine Treppe wo er hoch gehen konnte. Oh das war schmerzhaft. Ich hab dann alles gedacht. Oh. 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 Oh ja. Das war ganz schmerzhaft. Das war... Autsch. Oh. Okay. Die Frage ist wie fest. Nicht zu fest glaube ich. Oh oh. Oh oh. Darfst du knappe zwei Tänzer? Es muss... Es muss ein Tassel geben für das Teil. Ja ich hoffe. Ah das gibt's nicht. Ich will jetzt testen wie hoch man springt. Oh oh. Jetzt hatte ich zu schnell aufs Loch gespielt. Naja das war jetzt ein Test. Ich wollte das mit der Sprungfehler testen. Oh. Du hast die Chance um alles einzusammeln. Na ganz toll. Hätte ich auch drauf verzichten können. Danke. Hättest du vorbei gespielt halt. Egal. Kunal macht seine... Egal. Punkte da. Ja. Wird schon wieder gefallen aus. Wir haben ja noch keine Hole in One gehabt. Es hätte ja auch Polis gegeben. Ja. Mhm. Wie geht es? Das ist das Problem. Ja. Hm. Hast du es oder... Also ich kann wenn ich die Maus bewege lenkt man ihn ein bisschen. Aber ich kriege den Speed nicht hin wann es Sinn macht. Weißt du was ich meine? Ja. Ja. Oh shit. Hier sehe ich ja ganz schlecht gerade. Oh der war gut. Ich habe es glaube ich ganz gut gemacht. Mit dem Lenken. Und wie? Ich habe einfach Lenken angemacht und einfach nach rechts gezogen. Damit ich rechts an dem Schneemann vorbeigeflogen bin. Hat funktioniert. Einfach mit der Maus irgendwie ziehen glaube ich. Oh nicht so feste. Oh Gott. Oh. Oh. Okay ich komme hier nicht drauf. Okay gut. Flup. Ah. Sieht nicht gut aus. Gute Punkte gemacht. Gute Punkte gemacht. Komm näher. Ich komme näher. Ich hole drauf da drauf. Weil waren noch. Oh. 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 Da ist ein Booster. Damit bekommt man aber nicht den Lila nennen. Ja. Aber ist damit das Hole in One besser. Hm. Ich hätte fast gedacht, dass du da nicht so fest drauf spielen darfst. Denn du wolltest drüber. Hey wir testen es mal. Oh nein. Na ja. Da ist einer. War das der erste Schlag wenn der auch immer angeflogen kam? Ja aber. Ja du machst den mit Zweien. Wenn du richtig äh wenn du spielst. Ich habe ja auch mit Zweien. Oh was. Oh Mann. Du hast den gar nicht mit Zweien gemacht. Ne 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 ne. Pfff. Dobian. Ich habe 8000 Punkte für den Albatross. Ach. Ja ne. Guck mal der Lila hat sich locker gelohnt. Ach. Der Lila wäre doch wichtig gewesen. Da ist ja eine Steuerung. Und ein Turbo hinter uns. Mhm. Und irgendwie ein Tornado. Man kann da aber auch durch ne. Ja. Das denke ich mir nämlich auch. Aber es ist dann hole in one. Ach das ist ja was für mich. Das ist egal. Ah. Ist mir egal. Haha. Ja das. Man muss immer so ziehen. so lenken. Ja. Richtig links und rechts lenken. Ah. Oh shit. Das war knapp. Wobei jetzt lohnt es sich nicht mehr hole in one. Weil danach kommt keine Bahn mehr. Kommt nicht noch eine? Ist das die letzte? Nee. Glaube nicht. Dann musst du gut durch da hinten. Und lenken lenken. Ja ja ja. Kunran weiter rechts. Noch weiter. Oh ja ja. Oh hättest du ja den Ding ins noch geholt. Ja ja ja. Hätt sich ins Loch ziehen lassen können. Ja ja ja. Ja das ist nicht so einfach. Aber ich glaube das ist der Trick. Ja. Ja. Aber Kunran holt noch dick Punkte jetzt. Ja. Ja. Aber hat nicht gereicht. Nicht mehr für den zweiten. 10.300 Punkte. Dann hat er 2.000 aufgeholt. Hm. Die ersten Bahnen liefen nicht groß. Im Winter war Kunran nicht so gut. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne einen Like. Dann lasst schaut mir dann vorbei. Wir sehen uns von nächstem Mal wieder. Machts gut bis dahin und ciao. Tschüssi. Guck Wang. Who will the other vers it? Boo who die Erika ihm schuld Aristaturo. Oh ja. Per ran. Oh ja bevor tienean mir vor Talking istblick.